Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslus, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Aargau. Mein Name ist Kathrin Janser, ich war am ersten Kindertheaterfest als Theaterkind dabei und bin jetzt in der Leitung des Kinder- und Jugendtheaters Thurgi tätig. In Thurgi sind im Moment gerade 160 Kinder aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Die Theaterkindern leben meistens zweitens zusammen in einer Schweizer Gastfamilie. Ich komme aus Russland, aus der Stadt Solikamsk. Ich wohne in einer Schweizer Familie. Es gefällt mir sehr. Ich bin Michael aus England und alles ist mega leer. Die kommen hierher und führen einander Theater vor. Die Kinder kommen aus Solikamsk. Das ist eine Stadt fast am Ural in Russland. Und sie sind von der Theatergruppe Märchenwelt. In diesem Stück geht es um Ivan, ein russischer Junge aus ärmlichem Verhältnis. Er macht sich auf die Suche nach einem Glück. Und natürlich trifft er auch auf eine Prinzessin. An so einem Theaterfestival werden natürlich auch viele Freundschaften geschlossen. Und manchmal verwandelt sich die Freundschaft auch in Liebe. Dank SwissLos konnten wir das tolle Theaterfestival auf die Beine stellen und den Kindern die Plattform bieten, um neue Freundschaften zu schliessen und Kulturen kennenlernen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von SwissLos. Alicia Die Lotto Legend Bis zum nächsten Mal.